Ja, Servus. Hi. Wir sind der Bertl und der Hartmut vom Gottschatsspielfeld Nord. Genau. Wir möchten euch jetzt für die Saison 2017 mal kurz vorstellen was wir Neues für euch im Programm haben. Europas größtes Pemba-Spielfeld sind wir nicht umsonst. Genau. Wir haben jetzt ein neues Spielfeld dazu bekommen. Genau, Spielfeld Nummer 19, Hensig. Highway to Hell. Highway to Hell, ein neues Programm. Dann haben wir unsere Zimmer komplett neu gemacht. Genau. Ein Doppelstock hätten wir reingetan. Jetzt haben wir richtig Kasernen-Style, kann man sagen. Ja. Feeling pur. Richtig. Feeling pur. Dann haben wir in Kolberg. Ja. Wir haben uns noch einen Panzer gegönnt. Genau. Szenario Big Game 18 übrigens. Bis dahin haben sie uns zugesagt, den zu liefern. Genau. Dann hoffen wir mal, dass das Teil dann da am Start ist. Jawohl. Was haben wir noch Neues? Ja, Pizza. Pizza in der Kneipe gibt jetzt Pizza. Lecker Pizza haben wir auch schon selber probiert, ne? Mega. Man sieht's. Ja. Die schmeckt, würde ich sagen. Richtig gut. Und ja, eine Disco. Eine kleine Disco. Ja, genau. Unser Beat Club ist eröffnet. Wir haben jetzt eine eigene Disco. Richtig. Ja, dann haben wir die anderen Spielfelder überarbeitet. Haben wir beim Terminal was dazu gebaut. Haben wir unser Airfield erneuert. Haben wir das Spielfeld Tanks überarbeitet. Haben wir tausend Sachen gemacht. Genau. Wir haben vier Renovierungsarbeiten gemacht. Parkplatz vergrößert. Die Bühne machen wir neu. An der Zufahrt wird noch was gebaut. Sanitäranlagen werden wir auch noch ausbauen. Richtig. Jede, jede Menge mehr. Genau. Ja, und ich würde sagen, ihr könnt euch jetzt einfach ein bisschen anschauen hier am Spielfeld, was wir für euch zu bieten haben. Und dann kommt einfach her. Überraschung euch selbst. Genau. Junggesellenabschied, Geburtstag, Party, alles hier im Programm. Richtig. Gottes Spielfeld noch was? Das Beste überhaupt. Ja. Dein Paintball Spielfeld in Europa. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020